Eine Gruppe ukrainischer Gesetzgeber der Partei des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy hat einen offenen Brief an ihre mongolischen Kollegen geschrieben, in dem sie die Festnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin während des angekündigten Besuchs des Kreml-Chefs in ihrem Land in dieser Woche fordert. Als Mitglieder des ukrainischen Parlaments fordern wir die mongolischen Behörden auf, den verbindlichen internationalen Haftbefehl auszuführen, und den Kopf der russischen Föderation, Wladimir Putin, an den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu überstellen, heißt es in dem Brief der ukrainischen Abgeordneten. Sie fordern, dass die Mongolei das römische Statut umsetzt, das das wichtigste internationale Abkommen ist, auf dessen Grundlage der internationale Strafgerichtshof gegründet und betrieben wird. Der internationale Strafgerichtshof erließ im März 2023 einen Haftbefehl gegen Putin wegen der Entführung und Überstellung ukrainischer Kinder aus Kriegsgebieten nach Russland. Putin wird am 3. September auf Einladung des mongolischen Präsidenten die Mongolei besuchen. Und dies wird seine erste Reise in ein Land sein, das das römische Statut ratifiziert hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017